Nun, ich bin ja auch wirklich zu einer ganz, ganz blöden Zeit zur Welt gekommen, nämlich gegen Ende der Babyboomer-Generation. Und als ich dann in das Studienalter kam, galt es an Universitäten noch, dass Magister, Magistras was Besseres sind, also dass man uns ostentativ rausprüfen musste. Es war ein Ausleseverfahren, weil ja unbeschränkter Uni-Zugang war. Somit meine zwei ernst genommenen Studienversuche misslangen, bis ich dann letztlich, weil Leute im Hörsaal husteten, rausgehen musste. Nämlich nach meinem längeren Arbeitsversuch, nach der Stelle 3, war mein letzter Anlauf, Unis gelang nicht. Und was nicht so tragisch war, weil es hatte die Handelsakademie ja eigentlich noch einen Wert gehabt. Als Tipps hatte man noch einen Wert. Als Sekretärin konnte man auch Assistentinnen-Tätigkeiten machen. Aber es kam die Inflation der Bildungsabschlüsse zustande. Das heißt, dass jede Frau, die an die Uni kam, wurde auch irgendwie durchgehievt. Die Unis waren sowas wie eine weitere, eine dritte Schule. Und dann bekam man, speziell als die Magister FH anfingen, kam man auch leichter und geordnet zu seinem Abschluss. Gegensätzlich als zu meiner Zeit, wo das Rausprüfen auf VOG war. Und so kam ich aber auch nicht rechtzeitig in diese Phase, wo in dem Bereich, den ich letztendlich als meinen Erkorn hatte, der mein Biotop ist, wo dort ein Kündigungsschutz war. Also das Vertragsbedienstetentum hörte sich auf. Ich rutschte direkt in die Kollektivkündbarkeit hinein. Und das wurde an mir als erster exerziert. Und man hat mir sogar eben 09, als dann das entsprechende Gesetz aus dem Jahr 2002 wirklich schlagend wurde, mir das Vertragsbedienstetentum, das ich ja schon inne gehabt hatte, man hat es mir entzogen, mutwillig. Und dann kam ich leider wiederum zu spät zur Welt, weil ich damit in die Kategorie D-Frauen falle, wo es dann heißt, Pensionsalter wird an die, dass der Männer angeglichen. Gleichzeitig werden Frauen nicht nur alt, sondern auch schircher. Das heißt, Frauen werden im selben Alter wie Männer um ein Vielfaches unattraktiver am Markt. Und so lange kann aber keine Frau durchhalten. Das heißt, fünf Erschwerungszustände, die meine ohnehin Prädisponiertheit verstärkten und die auch zu diesem schrecklichen Higher-and-Fire-Ping-Pong-Spiel, zu diesem Grausamen geführt haben. Das ist der Grund, weshalb ich jetzt so dermaßen fertig bin, im falschen Zeitpunkt zur Welt gekommen. Vielen Dank. Vielen Dank.